Der Redakteur liest die Würfel irgendwie anders, wahrscheinlich alchemistisch. Er fügt auf jeden Fall die Schafe dazu und erhöht die Zahl der Würfel auf 10. Klar. Die Mathematikstudenten machen ein Würfelspiel. Sie ergänzen die Würfelpunkte. Die Biologin schließlich findet die Würfel in diesem Zustand. Sie findet auch den Schatz und möchte die Welt vor ihm schützen. Sie füllt eigene Zeichen ein und malt Zeichen auf die Stecketiketten. Es gibt aber Zeichen, die nicht auf den Stecketiketten auftauchen und auch nicht in den Spielregeln erwähnt sind. Sie kennzeichnen die drei Würfel. Keine Polizei! Ja, ist gut, ist gut! Keine Polizei! Ist gut, verdammt nochmal! Wie heißt du eigentlich? Nadja. Okay, Nadja. Ich glaube, du bist noch eine Erklärung schuldig. Ich habe Probleme. Probleme? Du hast Probleme? Ich glaube, ich habe hier Probleme. Verstehst du? Da ist eine Verrückte an einem Taxi, ja? Ich will sie rauszehren, haut sich die Birne an. Ich gehe ins Krankenhaus und da erfahre ich, dass sie von der Polizei gesucht wird. Du hast Probleme? Ich glaube, ich habe hier Probleme. Meine Schwester ist tot! Oh Wille! Tot! Umgebracht! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020